Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen bei Spiel mit mir Kinderspielzeug. Ich habe hier heute den Adventskalender von den drei Ausrufezeichen. Löse 24 spannende Rätsel im weihnachtlichen Schneegestöber. Der Kalender ist von Kosmos und da gibt es jeden Tag ein Rätsel zu lösen. Ein kniffliger Fall muss bis Weihnachten gelöst werden. Im Skigebiet wird ein Kinofilm gedreht. Aha, okay, spannend. Und die drei Detektiven, also Franzi, Kim und Marie, die schließen sofort den Labrador Felix, also einen Hund. Ich glaube, den sah man auch vorne drauf, schon auf der Verpackung. Und den schließen sie ins Herz und der spielt im Film einen Lawinenspürhund, der Leben rettet. Und dann ereignen sich auf einmal am Set ganz merkwürdige Zwischenfälle und auf einmal verschwindet Felix. Die Filmproduktion steht auf der Kippe und die drei Freundinnen stürzen sich in den Fall und kommen hoffentlich mit unserer Hilfe jeden Tag der Lösung des Rätsels ein Stück näher. Ob sie es schaffen, den Filmdreh zu retten? Das klingt auf jeden Fall schon mal nach einer interessanten Geschichte. Hilft den drei Detektiven, den Fall zu lösen. Jeder Tag bringt ein neues Rätsel. Hinter jeder Tür verbirgt sich eine besondere Überraschung. Inhalt einmal ein illustriertes Anleitungsbuch mit spannender Detektivgeschichte und 24 Rätseln zum Lösen und 24 Gimmicks für deine Drei-Ausrufe-Zeichen-Ausrüstung. Okay, sehr spannend. So funktioniert der Kalender. Erfahre täglich, wie die spannende Detektivgeschichte weitergeht. Löse jeden Tag ein neues Rätsel. Bestimme das Lösungsbild, das dich zum richtigen Türchen führt. Und entdecke, was darin steckt. Im letzten Jahr, da hatte ich auch schon mal so einen Kalender von den drei Ausrufe-Zeichen. Und da weiß ich noch, das dauert wirklich ziemlich lange. Also wir öffnen ja hier in den Videos meistens alle 24 Türchen, um euch einfach so einen Einblick zu geben, was in so diesem Kalender so drin ist. Aber bei diesem Kalender, da dauert es echt lange, weil man immer die Geschichte lesen muss, ein Rätsel lösen muss. Deswegen wird dieses Video nur mit den ersten sechs Türchen sein. Und dann wird es noch drei weitere Videos geben, wo ich dann auch jeweils nochmal sechs Türchen öffne. Und dann haben wir am Ende alle 24 Türchen geöffnet. Ja, das finde ich auf jeden Fall spannend. Normalerweise öffnet man ja jeden Tag nur ein Türchen. Und das finde ich natürlich auch ganz richtig so. Aber wir hier bei Spiel mit mir Kinderspielzeug stellen ja ganz verschiedene Adventskalender vor. Und deswegen öffnen wir immer gleich mehrere Türchen, einfach um zum Beispiel den Eltern einen Eindruck zu geben, welchen Kalender sie den Kindern kaufen wollen. Oder um euch Kindern einfach zu zeigen, was so in den anderen Kalendern ist, die man gerade nicht hat. Wenn ihr diesen Adventskalender von den drei Ausrufezeichen zu Hause habt, empfehle ich euch natürlich nicht vorher schon zu schauen, was da drin ist, sondern dann euch einfach von eurem Kalender überraschen zu lassen. Aber wenn ihr diesen drei Ausrufezeichenkalender nicht habt, dann könnt ihr natürlich einfach mal mit mir zusammen schauen, was da überall drin ist. Ich habe den Kalender nochmal umgedreht und hier kann man das so aufklappen. Und da ist genau nochmal das Bild drunter. Und ich glaube, man kann das so aufstellen. Auf jeden Fall sehe ich hier schon so Linien, wo man mit einer Schere irgendwie, glaube ich, auch was ausschneiden soll. Aber ich stelle uns den jetzt einfach mal hier so auf. Weil das sind die Türchen und das Interessante ist, das ist nicht wie bei einem anderen Adventskalender, dass da Zahlen drauf sind, sondern man muss wirklich immer die Rätsel lösen und erfährt dann, was man als nächstes öffnen kann. Da sehen wir auf jeden Fall schon mal Franzi, Kim und Marie. Und die haben Skiausrüstung dabei, die haben dicke Klamotten an. Und das ist wohl dieser Hund Felix. Und das ist jetzt der zugehörige Kalender mit wichtigen Informationen. Und da gibt es jetzt für jeden Tag eine Seite. Das ist Tag 1. Und mit dem beginnen wir natürlich mit dem 1. Dezember. Und da steht jetzt eine Geschichte. Und ich werde euch das jetzt nicht alles komplett vorlesen, sondern ich berichte mal kurz. Und zwar ist die Kim in einer Schreibwerkstatt und liest eine eigene Geschichte vor, einen Krimi. Liest das Ganze vor Publikum vor. Und dann verbeugt sie sich am Ende vor den Zuschauern. Und dann sagt die Leiterin dieser Schreibwerkstatt, dass sie das nächste Mal natürlich auch noch das Ende verraten soll. In ihrer Geschichte läuft ein Mann mit Rauschebart und rotem Mantel, also wahrscheinlich der Weihnachtsmann, vor einer Kommissarin weg. Diese Geschichte soll sie beim nächsten Mal dann weiter vorlesen. Und dann macht sie sich auf den Heimweg und möchte zu dem Treffen, dem Clubtreffen der drei Ausrufzeichen. Und beim Rausgehen aus diesem Jugendzentrum entdeckt sie noch einen Aushang. Es findet in der letzten Dezemberwoche ein Schüleraustausch in der Schweiz statt. Und da sagt sie, oh, das klingt ja toll. Und hier ist dieser Aushang. Schüleraustausch im Advent mit unserer Schweizer. Nun steht hier irgendwas. Ein Scherzkeks hat beim wichtigsten Wort auf der Magnettafel die Buchstaben durcheinander gebracht. Bringe sie in die richtige Reihenfolge. Wo findet der Austausch statt? Kim entziffert das Rätsel und sichert sich gleich drei Plätze für DDA, die drei Ausrufezeichen. Schaffst du das auch? Du musst immer zwei Buchstaben vertauschen. Okay, da schaue ich mal ein bisschen drauf. Vielleicht hat es jemand von euch schon direkt erkannt. Ich habe jetzt das Lösungswort schon rausgefunden. Hier ist ja ein guter Hinweis, man soll immer zwei Buchstaben vertauschen. Und wenn wir die beiden vertauschen, heißt das PA. Dann vertausche ich die beiden. Also immer jeweils zwei Buchstaben vertauschen. Hier N und E und dann hier noch die beiden und die beiden. Und dann kommt raus Partnerstadt. Und welche Antwort ist richtig? Transportrad, Partnerstadt, Raststätte oder Trendsportart? Natürlich die Partnerstadt. So, sehr cool. Dann kann ich jetzt dieses Türchen hier öffnen. Also am Tag 1 darf dieser Schuh hier geöffnet werden. Und das ist ein großes, schmales Türchen. 1, 2, 3, Action. Ich glaube, das ist ein Magnet. Ein großer Magnet. Den man dann an eine Pinnwand, Magnetpinnwand machen kann. Vielleicht ein paar Sachen damit. Irgendwo Festmagneten. Damit man die nicht verliert. Und dann ist hier nämlich in diesem Heftchen, auch immer auf der Rückseite, noch so eine Beschreibung, wie es funktioniert. Noch 23 Tage bis Weihnachten und du möchtest noch so viele Dinge erledigen. Schreib die jeden Tag auf einen Zettel, was auf keinen Fall vergessen werden darf. Hänge den Zettel mit dem Magneten an deine Metallpinnwand oder an den Kühlschrank. Natürlich kannst du dort auch nette Nachrichten für deine Familie oder Freunde hinterlassen. Ja, sehr cool. Ein schöner Magnet. Und wie versprochen geht es bei uns direkt mit Tag 2 weiter. Mit dem 2. Dezember. Hier ist erst wieder eine Geschichte. Und zwar kommt jetzt Tim in das... äh, Tim, nicht äh, Kim natürlich. In das Café Lomo. Da treffen sich die drei Ausrufezeichen immer. Und da sind dann schon die beiden anderen Freundinnen, Franzi und Marie. Und die sitzen auf ihrem Stammplatz in der Ecke. Und dann kommen die da hin und möchte, äh, die möchte von ihren Neuigkeiten berichten, dass sie eben diese Plätze für die Skifreizeit organisiert hat. Und die beiden anderen, die sitzen vorne im Tablet und haben auch gerade schon genau drei Plätze reserviert. Also haben die sechs Plätze und dann steht hier, das ist ja witzig, doppelt hält besser. Aber gar kein Problem. Die löschen dann einfach die Online-Reservierung wieder und haben dann einfach die drei Plätze nur noch. Und freuen sich, ähm, bestellen sich ihr Lieblingsgetränk, ein Kakao-Spezial mit Vanillearoma. Und dann sagt noch einer von den dreien, und zwar die Marie, ob die anderen schon wissen, dass dort ein Abenteuerfilm gedreht wird. Und dass alle Schüler, also auch die Austauschschüler, an diesem Film teilhaben können und dann, ähm, so Statisten sein können. Wahrscheinlich so im Hintergrund einmal herlaufen oder so. Und da ist auf jeden Fall die Kim total erschreckt und ihre Handtasche fällt runter und sie bekommt sofort Lampenfieber. Wahrscheinlich freut die sich schon so, weil die gern an diesem Film teilhaben möchte. So, und der Inhalt der Handtasche kullert auf den Boden. Franzi und Marie halfen Kim beim Aufheben. Sieh dir die Gegenstände genau an. Sie haben alle etwas gemeinsam. Kommst du darauf? Oh, was haben die denn alle gemeinsam? Schlüssel, Schal, Schmuck, Socken, Streichholz vielleicht, Schirm, Schuhe, Spiegel. Beginnen alle mit S, ist, glaube ich, die Gemeinsamkeit. Alle Gegenstände sind aus Plastik, keine Gemeinsamkeit. Alle Gegenstände beginnen mit S und die Gegenstände sind blau. Nee, alle Gegenstände beginnen mit S. Und das ist die Nummer 3. Und das ist hier dieses, ähm, ah, hier, das erkenne ich schon. Das ist das rote Kreuz, das auf dem Hund drauf ist. Das heißt, dieses Feld dürfen wir als nächstes öffnen. Oh, und was ist das? Ah, ich glaube, das ist ein Handtaschenhalter, damit der Kim sowas nicht mehr passiert. Hm, ich blätter erstmal wieder um, das ist ja immer eine Beschreibung. Und dann kann ich sicher etwas besser herausfinden, wie man die zusammenbaut. Kim geht nie ohne Handtasche ins Café Lomo. Dass ihre Tasche auf den Boden fällt und ihnen ihren gesamten Krimskamms preisgibt, ist ihr noch nie passiert. Dank ihres Taschenhalters. Ah, okay, sie hat einen Taschenhalter. Zieh den 3-Ausruferzeichen-Sticker von der Folie ab und klebe ihn auf die freie Fläche im Rechteck. Rechteck, lege das Rechteck an die Tischkante, schiebe den Haken ein. Okay, hier kommt der Aufkleber drauf. Das jetzt auf die Tischkante. Das probiere ich natürlich direkt auch mal aus, hier an die Tischkante legen. Und ich glaube, jetzt kommt der Haken hier so rum rein und wird dann einmal rumgedreht. Hm, nö, das hält nicht. Ach, weiter tiefer rein muss man das machen. Hm, so. Ah ja, so passt es. Das muss man also einmal richtig so reindrehen. Und dann kann man das hier einfach an die Tischkante und daran kann man jetzt eine Tasche aufhängen. Sehr praktisch. So, Tag 3. Zwei Wochen später saßen Kim, Franzi und Marie dann im Reisebus Richtung Schweiz. Und als sie in der Schweiz dann angekommen sind, da ist alles total schön und malerisch mit Bergen und Schnee, da kommt direkt, als sie aus dem Bus aussteigen, ein Hund angerannt. Und vorher bekommen sie noch ihre Skipässe, weil die wollen ja auch Ski laufen. Und der Hund springt Kim an und dabei fällt ihr der Skipass aus den Händen. Der Hund nimmt den Skipass dann wahrscheinlich mit den Zähnen wieder auf und dabei geht der Skipass leicht kaputt. Deswegen ist jetzt hier die nächste Aufgabe. Kim und Franzi, äh ne, Marie und Franzi halfen Kim, die herausgerissenen Teile im Schnee zu suchen. Sie fanden jedoch nur drei Teile. Welches Teil fehlt? Okay, wir haben einmal hier das Teil. Wir haben, das gehört dann wahrscheinlich dahin. Und dieses Teil, also Teil D fehlt. Teil D, das ist dann die Nummer 4 und das ist dieser Stern, der oben auf einem Weihnachtsbaum ist. So, dann darf ich jetzt als nächstes also dieses Türchen öffnen. Und das ist hier. Was ist das denn? Ein Snowboardfahrer in einem Kreis? Ich schau direkt mal hier nach. Wie funktioniert? Tolle Stimmung und jede Menge Leute auf der Skihütte. Ab jetzt nimmt niemand mehr aus Versehen deine Skibrille mit. Ähm, deine Skibrille mit. Befestige den Clip an der Brille und schon weiß jeder, dass sie dir gehört. Ach so, okay. Außerdem kann man auch noch mit diesem Clip, ähm, irgendwas anderes zusammenheften. Zum Beispiel Briefe oder man kann das als Lesezeichen benutzen. Oder man kann es natürlich, wenn man die drei Ausrufezeichen liest, das als Lesezeichen dann in das Buch reinklipsen. Okay, ja, praktisch. Besonders praktisch finde ich das mit der Skibrille, damit man die nicht verwechselt. Und ich bin schon gespannt, wie es weitergeht. Mit diesem Hund und mit den drei Mädels da im Skiurlaub. Und dann sind wir schon bei Tag vier. Plötzlich spitzte der Hund die Ohren. Dann lief er auf einen jungen Mann zu, der in eine kleine Hundepfeife geblasen hatte. Ja, der junge Mann ist dann der Mika, der Hundetrainer vom Labrador Felix. Und Felix macht bei dem Film mit. Und deswegen ist der Hundetrainer mit dabei und passt auf den Hund auf, damit es ihm während der Dreharbeiten gut geht. Franzi streichelte Felix. Und der Vater von Franzi ist Tierarzt und deswegen hat sie einen ganz besonderen Draht zu Tieren. Wann fangen eigentlich die Dreharbeiten an, erkundigte sich Marie. Und Kim hörte nur mit einem halben Ohr zu, als Mika morgen sagte. Denn sie entdeckte eine Frau mit einer lila Mütze, die mit einer Zange vom Boden ein Stückchen Papier aufhob und das in einen Müllsack werfen wollte. Und da rief die Kim schnell Stopp, weil sie vermutete, dass das vielleicht dieses fehlende Stückchen von dem Skipass ist. Kim fischte das Teil aus dem Müllsack und checkte die Nummer, die darauf stand. Tatsächlich, es war das fehlende Teil. Kim war sich ganz sicher. Sie hatte die fünfstellige Nummer nämlich mit dem Major-Code zu Schneefall übersetzt. Kannst du das Wort wieder in eine Zahlenfolge verwandeln? Schneefall Okay, Schneefall Sch ist eine 6 Also als erstes 6 Schnee, also 2 Dann Wo ist das E? Schnee Ach, jetzt sehe ich gerade hier oben. Streiche die Vokale, also E Die Vokale, es kommen nicht mit, also Schnee Und dann Fall 8 A soll man dann ja auch wieder streichen Und 5 5 Ja, typisch für eine Detektivin, die hat sich direkt so ein Code dazu ausgedacht oder zu dem Code ein Wort ausgedacht. Mal schauen, ob der dabei ist. Ja, da oben ist der Code Also diesmal ist es die Nummer 1 Und das ist das Ach, hier unten Hier unten ist der Schal zu sehen Und dieses Türchen darf man als nächstes aufmachen Ah, und da ist auch ganz passend dazu So eine Geheimschrift drin Geheimschrift Das Haus vom Nikolaus Die kenne ich noch gar nicht Und da sind direkt 2 mit dabei Da kann man das durchtrennen und dann Eines der Freundinnen geben Und sich dann gegenseitig damit Nachrichten schreiben Schneefall hat sie sich also ausgedacht Geheimschrift zu entschlüsseln macht Spaß Und ist ein Muss für jeden Nachwuchsdetektiv Mit den Geheimschriftkarten geht das ganz leicht Die soll man auseinander trennen Dann einen kann man einer Freundin geben Und sich dann gegenseitig Nachrichten schreiben Zum Beispiel der neue Sportlehrer ist fies Dann sind wir bei Tag 5 angekommen Die junge Frau mit der lila Mütze Die hatte lange dunkle Haare Und sagte zu Kim Du hast aber scharfe Augen Weil Kim ja eben vom Weiten erkannt hat Dass das ein Stückchen von dem Skipass ist Und verrät dieser Frau dann Dass das Hobby finden den 3 Mädels Der Detektivclub ist Die Frau hieß übrigens Karin Und war dadurch sehr beeindruckt Und dann kam noch Arthur, Karins Freund dazu Und die beiden, die machen eine Aktion Saubere Umwelt Also die sammeln Müll auf Und sind in einer Umweltschutzgruppe Und sie fragt dann Ob vielleicht die Mädchen Von den 3 Ausrufezeichen Ob die da helfen wollen Und Müll aufsammeln wollen Kim gibt denen dann die Visitenkarte vom Club Aber dann geht es auch weiter Mit diesem Schüleraustausch Und dann ein Mann vom Organisationsteam Winkte mit einer Liste Und liest dann die Gastfamilien vor In denen die Schüler untergebracht sind Kim, Franzi und Marie Die fielen sich jubelnd um den Hals Warum freuen sich die Freundinnen so Den Grund erfährst du Wenn du die Geheimschrift Mithilfe deiner Karte löst Hm Warum freuen die sich wohl so Dann will ich mal versuchen Das Ganze zu entziffern Das ist Ein S I Sie Achso das kenne ich ja schon S und I Was ist das? N Und D Sie sind Ah ok Sie sind Vielleicht sind sie alle in der gleichen Familie Oder so Ach hier N A C H B Ach genau Das hatten wir schon A Oh das ist genau das gleiche Nur mit einem anderen Strich Da darf man nicht drauf reinfallen Er Nachbar Punkt Achso sie sind Nachbarn Sie wohnen in einer Berghütte Sie sind Nachbarn Sie wohnen beim Schulleiter Es ist also Nummer 2 Und die kleine Flagge von der Schweiz Und dann schauen wir mal wieder Auf unseren Adventskalender Und da oben sehe ich schon Das passende Türchen Ui was ist das denn? Sticker Klappe Action Go Lieblingsmensch Und frohe Weihnachten Also verschiedene Sticker Für verschiedene Gelegenheiten Die 3 Ausrufezeichen Sieht man da auch Also 6 Cooles Sticker Und da schauen wir mal Was hier wieder dazu geschrieben wird Wie funktioniert Freunde Möchte man am liebsten Immer in seiner Nähe haben Die 3 Ausrufezeichen Begleiten dich ab jetzt Durch die Adventszeit Verziere mit den Aufklebern Von Kim, Franzi und Marie Deine Bücher und Hefte Oder verschenke die Sticker An deinen ganz persönlichen Lieblingsmenschen Ah ok Kann man sich irgendwo draufkleben Auf Bücher Auf die Tasse Auf einen Brief Und dann sind wir schon Bei Tag 6 Und ich hatte ja Am Anfang gesagt Wir werden Heute 6 Türchen öffnen Und die nächsten 6 Dann im nächsten Video Deswegen ist das schon Das letzte Türchen Für heute Und am 6. Tag Wird es spannend Die sind jetzt also Alle Nachbarn Zwei Mädchen Und zwar Kim und Marie Würden bei der Einfamilie wohnen Und Franzi Bei den Nachbarn Also ganz praktisch Direkt nebeneinander Und die fahren dann Im Auto mit den Gastfamilien nach Hause Und lernen da dann schon Die Familien kennen Zum Beispiel Die Bella 3 Jahre alt Ist die Tochter Von Kim und Maries Gasteltern Und die ist Ein bisschen Frech Und hat das Faustdick Hinter den Ohren Und stöbert immer In der Detektivausrüstung Im Rucksack von Kim Herum Und Kim und Marie Dürfen sich Ein schönes Zimmer teilen Und abends gibt es dann Ganz leckeres Essen Käsefondue Zu dem auch Franzi Und ihre Gasteltern Eingeladen werden Am nächsten Morgen Geht es dann zur Schule Und in der Schule Hat Marie Besonders Glück Die sitzt nämlich Neben einem ganz süßen Gut aussehenden Jungen Dem Nico Und der Junge hat Rotblonde Haare Sommersprossen Und einen grünen Pulli Und da lernt sie dann Auch das erste Wort Auf Schweizerdeutsch Grüzi Wahrscheinlich wissen Einige von euch Noch wie das noch Besser ausgesprochen wird Kommen vielleicht selber Aus der Schweiz Die beiden flirten Dann ein bisschen Und Dann finden sie auch heraus Dass sie beide Kinofans sind Und Der Nico Der macht auch In einem Film mit Und holt dann Das Drehbuch raus Und zeigt Den kurzen Text Den er im Film Dann sagen darf Und Maries Herz Kloppt schneller Als so zufällig Mit ihm Die Hand berührt Und am Ende der Stunde Tauschen die beiden Dann noch Handynummern aus Und hier ist jetzt die Aufgabe Im Text wird Maries Neuer Schwarm Genau beschrieben Wer von den Jungen Ist Nico Er hat rotblondes Haar Ja Rötliches Haar Haben ja die drei hier Er hat Sommersprossen Und wenn man da genau schaut Der hat Sommersprossen Der auch Der nicht Also es ist einer von den beiden Und es stand ja dabei Grüner Pullover Also ist es hier Die Nummer drei Der Junge drei Ist es Und deswegen darf ich Jetzt als nächstes Dieses Feld öffnen Da wo das Bein drauf ist Mit einer blauen Hose Und da ist es Was ist das Ach das ist glaube ich Ein Hund Zwei Hunde Zwei Hunde Mit so Hakenhänden dran Hm Für was kann man die wohl benutzen Ich schaue mal einfach nach Steht ja immer mit dabei Hm Wie funktioniert Wenn du Filme Oder lustige Videos Auf dem Handy schauen willst Möchtest du das Handy Nicht die ganze Zeit halten Der schlaue Labrador Felix Übernimmt diese Aufgabe Für dich Stelle die beiden Hundefiguren nebeneinander Und stabilisiere Den Handyhalter Mit einem Stift Ach das ist ja praktisch Das ist ja cool Und dann kann man hier hinten Das Handy drauf stellen Super praktisch Und übrigens Felix kann auch Als Buchständer Benutzt werden Okay super Dann haben wir jetzt also Diesen Handyhalter Einen Taschenhalter Eine Klammer Ein Magnet Sticker Sticker Ja das war's für heute Bis dann Und tschüss Das ist ja auch für heute Das ist ja auch für heute